Sie hat Angst, dass sie nie im Weg steht. Und deshalb hat sie gesagt, sie geht und wir haben uns aber so geeinigt, wir wissen, dass wir uns lieben und wir haben gesagt, wir nutzen das jetzt dieser Zeit auch als Chance, dass sie sich vielleicht mal klar wird. Mal schauen, was passiert, wenn ich hier rauskomme und ich hoffe, dass sie dann da sein wird. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.